So, hello guys! Magtrayerin ako ng aking drawing or how you can do it and we will see what's the result. Du kannst also kleine Punkten machen. Du machst auf und machst einfach nur Punkte erst. Da ist es egal, wie du machst. Und später machen wir die Farben. Die Farben werden sich dann vermischen und das ist das Interessante und Spannende daran. Du machst jetzt einfach nur Kleckse, kleine Kleckse, wie du willst. Aber nicht am Rot her, ein bisschen. Aber, ähm, ok. Da ist noch ein schönes Wasser da. Also, kleine Punkte. Du siehst du? Ja. Und du hast auch eine andere Sparte mit Muster, wenn du möchtest. Kann man auch ein bisschen nutzen. Yes, this one. This one. I like this one. Moment, da gibt es schon verschiedene Größen. Es gibt schon verschiedene Größen. Kleine. Okay. 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 So, guys. Here we go. Egal. Okay. Es ist gut, überall. Es ist genau. Es ist dunkel. Es ist schön. Es ist blau. Es ist ein sehr schönes Meerwerk. Es gibt nur ein Regen, was es ist. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Es ist ganz dunkel. Es ist ganz dunkel. Es ist dunkel. Let me try my love. Was ist? Da kommt noch ein bisschen. Nein, nein. Arsch auf. Aber der ist ein bisschen dicker von mir auch. Das war ich nicht. Ich stelle das drauf. Noch ein paar Stunden. Das ist okay. Ja, komm. Kannst du noch ein bisschen drauf? Da komm schon. Es ist schön. Ich nehme lieber die kleine. Okay. So. Es ist auch wunderbar. Es ist auch ein sehr schönes Stück. Es ist ein sehr schönes Stück. Ist das gut in der Kombi? Genau. Es passt so. Es ist egal. Es verwischt sowieso. Es ist auch schon gut. Es hilft jetzt einfach so. Okay. Einfach nur. Einfach nur. Ja. Es ist aber noch abstrakt. Ja. Wir werden sehen. Ja. Was ist der Result? Ja. Es ist bloß wieder. Es ist bloß wieder. Wir werden schon. Es ist ein wenig. Es ist gelb. Und es ist das. Das wieder kann. Es ist gelb. 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 Ah, das ist ein helleres. Weiß, weiß, weiß. Ich benutze immer dieser Fendt. Fendt. Das ist ein weißer. Dann hat die Obe beim Furt gekauft. Ah, dann musst du wieder den Furt haben, weil ich hab nichts mehr. Du, ich will wieder in den Furt. Ich will mitfahren. Weil vielleicht, ich krieg wieder ein bisschen BH. Ich brauch ein bisschen BH. Silber wäre auch. Nein. Okay. So, let's go, guys. Let's go, let's go, let's go. Wir will see, was the result is. Result for everything. Everything you do. Everything you do. Dort dazwischen vielleicht auch ein bisschen, weil ich glaub das wird was zugeben. Gut. Gut. Okay. So. Okay. So. 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 Los geht es mal am Herzen. Da wird es ¡hier! Los geht es! Das ist genau. Es ist doch wunderbar, kleine Dinge zu bauen. Aber mehr Gold, du glaubst nicht, ja. Noch mehr Gold? Ich glaube, hier, was glaubst du? Nein, nein, was glaubst du? Das ist Pupfer. Pupfer ist auch sehr schön. Okay, probier mal das mal da. Probier mal, ob es dir gefällt. Pupfer ist auch sehr schön. Pupfer ist Pupfer. Jetzt noch kein anderes Schmuck. Schau, das ist ein Schmuck. Jetzt geht es so, siehst du. Oh, das ist schön. Oh, das macht nichts. Ach so, so ein Samarli. Ja, das ist die Spachteln, die hat mir jemandem geschenkt. Das ist so, die teure Spachteln. Die hat das Haus ausgeräumt. Weil da ist die Pupfer gestorben. Und jetzt hat die Pupfer gestorben. Und jetzt hat die Pupfer gestorben. Ach so, da hat sie das Haus ausgeräumt. Und die hat mich gedacht. Und mich angeräumt. Und dann hat sie gesagt, ja, wo ist der Pupfer? Und dann hat die Pupfer gestorben. Aber feststellt man, das schaut so Fabian aus. Was ist noch schützend? Süß, ja? Ja, ja. Schau, oder? Mit Süß. Geil, ich habe ja... Zuerst haben wir noch. Auf dem Bahn. Schön, oder? Warum noch genau? Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ja, das ist ehrlich schön. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das ist schön. Ja, das ist... Ja. Das ist schön. Ich dachte, das ist geil. Das ist geil. Das ist ganz besonders schön. Das ist geil. Aber wie gibt es denn hier? Das ist natürlich. Das ist okay, Lida. Das ist schön. Ich finde, das ist schön. Ich finde, die Struktur in der Mitte bleibt. Ja, ich weiß es nicht. Das ist wahnsinnig. Das ist schön. Ja, bis neu in den Kopf haben, passt das. Ja! Ich habe die gescheit. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist ein Wahnsinn, das ist wieder neu und es hat eine Erfahrung zu erfüllen. Das ist wunderbar! Thank you all for watching! Bye bye! Das musst du machen. Ich zeig's dir bloß. Also eintauchen und dann schön. Wenn es dir zu push ist, musst du immer wieder aufstreiten. Also Linda. Yes, ich bin da heute. Ich bin sehr sehr. Mehr, 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 mehr. Machen wir mal L, also schön nehmen da. Warte mal. Warte mal, warte mal. Der ist dünner. Du musst nur mit der Spitze schreiten. Der ist zu dick. Mach's nochmal. Schau mal her. So. Müsste passen. Jetzt nochmal. Und nicht so fest ausdrücken. Geh das nochmal nach. Das schaut nämlich gut aus. Geh das, spurt das nochmal nach. Warte mal. Das ist weiß. Mit Farbe schreiben ist schwierig, aber das ist dein Unterschrift. Du musst da hin. Also nicht so fest aufdrücken, sondern Stoß nach. Ja. Immer wieder nachtanken. Du musst nachtanken. Tank nach. Sofort nach. Passt. Passt. Genau. Da weiter. Dann machen wir weiter. Das ist das I, oder? Ist das I? Nein. Ist das I, oder? Genau. Jetzt ein L. Mach mit der Spitze. Du musst immer mit der Spitze machen. Damit du so eine schöne Spitze hast, ja? Feine. Ich glaube, das war zu wenig. Und langsam vielleicht schreiten, dass das... Weißt du, wenn es ausgeht, sofort wieder nach. Und dann nachtanken. Ja, genau. Und dann wieder nachtanken. Nicht zu viel. Gleich wieder nachtanken. Sonst geht der Farbe aus. Noch ein nachtanken. Ist auch zu weit in Farbe. Nochmal. Wir haben genügend. Das muss alles wegkommen. Jawoll. Und wieder so. Nochmal. Das wieder kurz so. Das ist wieder spitzig. Ja, der kostet schon. Da ist ganz viel. Ja, weiter. Ja, weiter. Das machen wir noch. Das machst. Da tankst du noch mal nach. Da tankst du noch mal schön nach. Warte mal. Noch mal so. Nimm das mit. Das ist zu viel jetzt. Und das machst du jetzt vorsichtig da oben. Ja, passt. Passt. Passt so. Weil das trocknet ja da. Das würde ich auch noch mal auspesseln. Geh mal her. Ja. 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 Jetzt zeigst du. Ja. 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 Ayan! Ayan! Ich glaube, das ist ein Download-Official. Ayan!